Hey Leute, was geht ab? Ich mache hier mal ein kurzes Update von unterwegs und zwar, man sieht es hier vielleicht, ja hier liegt noch überall Schnee. Nichtsdestotrotz habe ich die Sommerreifen drauf auf meinem Auto und ich mache mich jetzt am Freitagfrüh auf den Weg zum Nürburgring. Ich bin vom Freitag bis zum Sonntag am Ring. Und ja, ich habe eine extra WhatsApp-Gruppe eingerichtet mit einem Einladungslink, den packe ich hier unten ins Video rein. Das heißt, wenn einer von euch da irgendwie da sein sollte oder Bock hat oder vielleicht mal Lust hat vorbeizuschauen oder sowas, Karfreitag, Samstag und Sonntag bin ich jeweils den kompletten Tag am Ring. Und ja, wenn wir uns dann spontan irgendwie treffen wollen, dann kommt in die Gruppe, schreibt mir und vielleicht kriegen wir was auf die Reihe. Das war ein kurzes Update aus dem kalten, verschneiten Hamburg. Also bis bald Leute, haut rein! Ja, das war ein kurzes Update aus dem Ring. Das war ein kurzes Fazium. Untertitelung des ZDF, 2020